Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Das erste Video im T-Shirt in diesem Jahr und ich freue mich euch heute einen gegrillten Thunfisch zu zeigen auf einem Glasnudelsalat mit Mango und Kaiserschoten. Wie wir das Ganze machen und was es mit diesem eigenartigen Besteck hier auf sich hat, das erzähle ich euch heute in diesem Video. Dann zeige ich euch heute mal, wie man Thunfisch perfekt grillt. Viele Leute grillen Thunfisch, aber leider immer ein bisschen falsch, sodass er komplett durch ist und dementsprechend auch trocken. Und wie das nicht passiert, das zeige ich euch heute. Das Wichtigste zuallererst, ihr müsst gute Zutaten kaufen, besonders beim Thunfisch solltet ihr darauf achten, dass ihr absolut frischen Thunfisch kauft, weil nur dann funktioniert das richtig gut. Ja, ihr könnt übrigens auch frischen Thunfisch kaufen, richtig frischen könnt ihr einfrieren und dann später verwenden. Das ist kein Problem, aber wirklich guten, qualitativ hochwertigen Thunfisch kaufen, denn nur dann wird auch das Ergebnis am Schluss gut. Ich habe mich übrigens dafür entschieden, einen tatsächlich Bio-Thunfisch zu kaufen. Der war richtig teuer, das muss ich dazu sagen. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich euch mal was zeige, dann haue ich auch mal richtig einen raus. Und heute gibt es dazu als erstes mal einen Glasnudelsalat und den müssen wir als erstes ein bisschen vorbereiten. Dafür habe ich einfach eine Mango genommen, habe die Mango geschält und dann in Würfel geschnitten. Die Würfel kamen in eine Schüssel und ich habe mich darum gekümmert, ein paar Frühlingszwiebeln klein zu schneiden. Da brauchen wir auch gar nicht so viele. Ich habe auch nur das Grüne verwendet und das habe ich einfach in Ringe geschnitten. Die brauchen nicht besonders fein sein, die können ruhig ein bisschen Struktur haben und breiter sein. Die kamen zu der Mango in eine Schüssel und jetzt brauchen wir eine zweite Schüssel, nämlich für unseren Ingwer und die Kaiserschoten. Den Ingwer habe ich als erstes in feine Würfelchen geschnitten und in die Schüssel hineingegeben und danach die Zuckerschoten ein wenig geputzt, also die Enden abgeschnitten und dann in der Mitte geteilt. Auch dann kamen die dazu. Damit ist die Schnibbelei schon fertig, denn jetzt habe ich das Ganze mariniert. Die Mango nicht, die habe ich naturbelassen, aber den Ingwer und die Zuckerschoten habe ich ein bisschen Sojasauce und Sesamöl genommen, habe das Ganze mariniert und dann war das Ganze auch schon bereit für den Grill. Da habe ich hier so eine Gussplatte genommen, ihr könnt natürlich auch eine Teppanyaki-Platte nehmen und habe da als erstes mal unsere Zuckerschoten zusammen mit dem Ingwer draufgegeben. Das Ganze ein bisschen angeschwitzt und dann die Mango zusammen mit den Frühlingszwiebeln dazu und das Ganze einfach auf der Platte hin und wieder mal gewendet, aber im Grunde vergessen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr ein bisschen die Hitze auch runterregelt, wenn ihr einen sehr heißen Grill habt, weil ansonsten wird das Ganze durch den Zucker in der Mango und durch die Sojasauce schnell schwarz. Deswegen hier ein bisschen aufpassen. Jetzt hatte ich ja noch ein bisschen Platz auf meinem Grill und da habe ich den Thunfisch genommen. Den habe ich kurz mariniert und zwar mit ein wenig Limettensaft, dann habe ich ein wenig Sojasauce genommen, Mirin und habe das Ganze eingerieben. Ja und dann war das auch schon bereit für den Grill. Und jetzt kommt das Geheimnis von Thunfischgrillen. Ich habe den Rost wirklich heiß werden lassen, habe jetzt den Thunfisch draufgelegt und von beiden Seiten ordentlich angegrillt. Das war's, denn jetzt konnte der Thunfisch nämlich schon runter, genau auch wie unser Gemüse von der Platte. Das Gemüse habe ich noch eben mit unseren Nudeln vermengt. Die Nudeln kochen, das ist super easy. Ich habe einfach im Wasserkocher ein paar Liter Wasser heiß gemacht, habe die auf die Nudeln gegeben, habe das Ganze drei Minuten ziehen lassen und dann waren die Nudeln auch schon perfekt fertig. Also ihr seht, das ist keine Arbeit. Ja und dann den Thunfisch aufgeschnitten, richtig schön in der Mitte noch roh, so wie es sein sollte. Deswegen ist es auch wichtig, dass euer Thunfisch halt besonders frisch ist. Das Ganze wurde angerichtet auf einem Einweggeschirr aus Palmblättern. Das erzähle ich euch jetzt gleich, denn wie ich gerade schon eingeblendet habe unter dem Video, das Video beinhaltet eine Produktplatzierung. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch. Jetzt werde ich erstmal essen und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Bevor wir zum eigentlichen Fazit kommen, möchte ich euch noch erklären, warum ich diese Kooperation mit Kauf Dich Grün, so heißt das Ganze nämlich, gemacht habe. Und das kann ich euch erzählen. Ich habe mir gedacht, Mensch, im Sommer, da wird ganz, ganz viel Einweggeschirr benutzt, gerade bei Grillern im Stadtpark, beim Camping, wo auch immer. Und da wird unglaublich viel Müll produziert. Ihr habt relativ viel Plastikmüll, egal ob es Plastikgabeln sind oder auch Plastikteller oder Plastikschüsseln. Es entsteht unglaublich viel Plastikmüll und der kann eben nicht wiederverwertet werden. Und das finde ich persönlich ein bisschen doof, weil wir tun alles dafür, dass wir diesen Planeten weiter zumüllen. Und obwohl wir Plastiktüten im Supermarkt verboten haben, wird immer noch reichlich alles in Plastik eingepackt. Bestes Beispiel ist, wenn man sich irgendwelche Croissants oder sowas kauft, dann hat man eine Plastikverpackung und diese einzelnen Croissants sind nochmal zusätzlich in Plastikmüll eingepackt. Finde ich nicht gut und ich denke, wenn es eine Alternative gibt, dann sollte man die auch nutzen. Und da habe ich halt eben diese Kooperation mit Kauf Dich Grün gemacht, schlicht und ergreifend, weil wir haben hier halt so ein Set in dem Fall. Da sind Teller drin, da sind Schüssel drin, da sind Löffel drin, Gabeln und Messer. Und eben diese werden aus Palmblättern hergestellt, aber nicht aus Palmblättern, die man von dem Palm runter rupft, sondern von Palmblättern, die eh auf dem Boden liegen. Die werden gepresst und dann hat man da eben hinterher Teller, Schüsseln oder halt sonst irgendwas raus. Und das finde ich eine coole Nummer und deswegen habe ich gesagt, das mache ich. Das nächste, was mir wichtig war in dem Zusammenhang, solche Produkte werden meistens in Schwellenländern hergestellt und da ist es nicht unbedingt mit den Arbeitsbedingungen so schön. Deswegen war mir auch wichtig, dass die Arbeitsbedingungen für die Leute, die das Ganze herstellen, halbwegs in Ordnung sind. Auch das ist zertifiziert. Dementsprechend konnte ich da ruhigen Gewissens sagen, jo, das machen wir. Da machen wir eine Kooperation. Wenn ihr Bock habt, euch auch mal so ein Set zu bestellen, kann ich euch empfehlen, hier unten auf den Link in der Infobox zu klicken. Da findet ihr außerdem noch einen Rabattcode Barbecue20. Da bekommt ihr nochmal 20% Rabatt auf eben dieses Set, wenn ihr es denn haben möchtet. Kommen wir jetzt aber zum Fazit zum Thunfisch und da muss ich sagen, perfekt, ja. Der Thunfisch war super butterweich, zart, richtig schön saftig, nicht trocken und das lag eben daran, dass der gar gerade stimmte. Ihr müsst einfach wirklich nur den Thunfisch von beiden Seiten angrillen, runternehmen, aufschneiden, fertig. Ich habe den Thunfisch noch zusätzlich in Sesam gewälzt, um nochmal eine gewisse Geschmackskomponente mit da ranzubekommen. Aber grundsätzlich war es das auch schon. Der Glasnudelsalat, schön fruchtig, ein bisschen Schärfe durch den Ingwer, eine schöne salzige Note von der Sojasauce. Auch das war perfekt. Ich habe noch ein bisschen Sojasauce mit auf den Tisch gestellt, schlicht und ergreifend, damit man sich diese einzelnen Stücke von dem Thunfisch nochmal da reindippen kann, wie beim Sushiessen quasi. Und das passte wirklich ganz gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, eingefällt mir bei Facebook und im Idealfall klickt ihr hier unten auf Abonnieren und abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr auch nichts mehr. Auch in Zukunft gibt es hier weiterhin jeden Mittwoch schöne Videos oder Hintergrundinfos oder Howtos oder was auch immer mir so gerade einfällt. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten findet ihr mich noch bei Instagram. Da könnt ihr mal hin und wieder auch so eine kleine Preview oder Sneak Peek oder wie man das Ganze nennt, bekommen, weil ich mache da immer mal so Fotos während dem Grillen. Das ist halt eher so ein Hinter-den-Kulissen-Kanal. Dementsprechend einfach mal Sauerländer-Barbecue bei Instagram suchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.